Der Louis-Dorpreis der Nachwuchs-Pferde-Gonbringbahn Die Aufgaben enthalten alle Elemente des Grand Prix, werden aber etwas reduziert angefordert, erst einmal in dieser Serie. Acht- bis zehnjährige Pferde sind es, mit dem Ziel, sie in den großen Sport und bis zur schwersten Klasse eben ja bringen zu können. Ein großes Finale steht an, immer kurz vor Weihnachten, nämlich in der Frankfurter Festhalle und die Qualifikation. Zur Qualifikation hat Isabel Wehrt gewonnen mit Stand by Me OLD mit 76% und einmal sogar über 80% in der Einzelbewertung, daher sicherlich zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Stedi hat das hier sehr gut gemacht. Noch ein paar kleine Kleinigkeiten und Wackeleinheiten, aber im großen Grenzen, gerade was das Herzstück des Grand Prix betrifft, mit Piaf Passage, sehr überzeugend. Und deshalb bin ich erst einmal sehr zufrieden. Die Qualifikation, die eigentliche, steht aber am Sonntag an. Ist man dann schon auch ganz optimistisch, wenn man die Quali zu Quali schon gewonnen hat? Also es ist zumindest hilfreich, was auch die Sicherheit für das Pferd angeht. Trotzdem haben wir am Sonntag den Kurz Grand Prix, also nochmal wieder einen Schritt mehr, eine Stufe weiter. Er hat das erst einmal gemacht, also lassen wir uns überraschen. Aber grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass wir uns ähnlich gut am Sonntag zeigen können. Aber wie gesagt, neues Spiel, neues Glück. Der Louis-Dorps-Preis hat ja schon viele tolle Pferde ja auch gefördert. Ein bestes Beispiel ist natürlich einmal der eigene Sieg mit Emilio, aber natürlich auch Weiergold. Das heißt also, Louis-Dorps-Preis ist nicht nur eine Prüfungsergänzung im Programm, sondern ein wichtiger Bestandteil, oder? Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Bestandteil, eine ganz wichtige Aufbaufprüfung nach dem Nürnberger Burgpokal, jetzt mit dem Louis-Dorps-Preis, den nächsten Schritt schaffen zu können, nämlich in den Grand Prix-Sport hinein. Das ist ein wirklich unglaublich wertvoller Aufbau, den wir in Deutschland haben, um den uns auch viele, viele andere Nationen beneiden, weil es tatsächlich auch den Sprung in die wichtigen Prüfungen gibt, weil es uns die Möglichkeit gibt, auf den schönen, wichtigen, größeren Turnieren die jungen Pferde in die Atmosphäre zu bringen und selber auch zu sehen, wie benimmt sich wer dort und ist die Hoffnung, diese in den Spitzensport zu bringen, auch berechtigt. Und die Vergangenheit hat es gezeigt, viele Pferde, die sich dort vorne gezeigt haben, sind dann tatsächlich auch im internationalen Spitzensport zu finden. War hier Gold gerade angesprochen, das heißt, es kommt aus dem großen Stadion aus Schweden hierher, nach Donauischingen letzte Woche, jetzt nach Darmstadt, ich glaube das erste Mal hier, oder? Das ist richtig, ich bin das erste Mal hier, bin sehr positiv überrascht und beeindruckt von der wirklich schönen Anlage, weil es hier wunderbar gelegen im Walde und tolle Böden, also exzellent, da können andere Veranstalter sich ein kleines Scheibchen von abschneiden, das ist schon mal exzellent und die Pferde fühlen sich sehr wohl, es ist was los, aber sie sehen alles und von der Warte her kann ich nur sagen, Kompliment, das ist eine sehr schöne Veranstaltung, die ihre Daseinsberechtigung ohne Frage erfüllt. Und jetzt noch die letzte Frage, wie sehr freut es Isabel Wert, dass die Dressur mit vier Sterne auch mal höher angesiedelt ist, als das Springen mit zwei Sterne? Das freut mich sehr, aber unabhängig davon dürfen wir uns jetzt auch ein bisschen die Arroganz erlauben, dass sich die Dressur in Deutschland schon ganz gut nach vorne gearbeitet hat, nicht nur in Deutschland, sondern international. Wir haben wirklich, gerade auch im Ausland, großartige Veranstaltungen für die Dressur, wir erfreuen uns einer wirklich zunehmenden großen Resonanz, gerade auch in den Hallenveranstaltungen, in den Weltcups, Aachen spricht sowieso eine eigene Sprache. Also wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Wege. Nichtsdestotrotz haben wir weiter Hausaufgaben zu machen, mehr Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit etc. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Und eine, die dafür immer kämpft und auch immer viel dafür tut, ist Isabel Wert, der will ja ganz doll die Daumen drücken für die Finalqualifikation und bestimmt auch für das Finale in Frankfurt. Herzlichen Dank und auf viel Erfolg. Vielen Dank, danke. Das war sie also. DG Qualifikation zur Qualifikation. Louis Dorr, wir wünschen Ihnen auch viel Spaß. Kranichsteiner Hof Masters 2017.